Wo ist hier der Erzbischof? Ja, wo ist er denn nun? Hallo, hallo. Guck doch, da ist er. Ach so. Ich glaub, der kommt aus Kölle. Vielleicht ist er trotzdem ganz nett. Jedenfalls ist es gut, dass er nun endlich da ist. Jetzt mach doch mal hinne. Wir müssen ihn jetzt ordentlich begrüßen. Guten Tag. Como estas? Marhaba. Shlomo. Merhaba. Etesey. Dobre dien. Bon dia. Dobre dien. Guten Tag. Hola. Selamat siang. Kalimera. Daberdan. Etesein. Buenos dias. Buenas tardes. Afin Shiappa. Jetzt dewelkomen. Bonjour. Bon dia. Alele. Anja, macia. Dziein dobre. Good afternoon. Guten Tag. Moin. Moin. Sehr geehrter Herr Erzbischof, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Leider konnten wir heute nicht alle zu Ihrer Einführung kommen. Das bitten wir zu entschuldigen. Denn es gibt schließlich in Hamburg auch 10.000 Schülerinnen und Schüler an katholischen Schulen. Das hätten Sie wohl nicht gedacht. 10.000 Schülerinnen und Schüler an katholischen Schulen. Und wir möchten Sie begrüßen und Sie herzlich dazu einladen, uns an unseren 21 Standorten zu besuchen. Und zwar in Bergedorf, Warnsberg, Eimsbittl, Neugraben, Alphona, Ralfesterudel, Rotterbaum, Lankenese, Hamm, Wilhelmsburg, Harburg, Barmbeck, Bockfelde, Harburg, Farmsen, St. Georg, Winterhude, Ottensen, Langenhorn, Wildstedt, 21 Schulen, in sieben Bezirken. Und jede Schule ist anders. Das gehört sozusagen alles Ihnen. Und darauf können Sie bauen. Tschüss!